Die Schlacht bei Gumbinnen fand während des Ersten Weltkriegs vom 19. bis 20. August 1914 statt und war der erste Angriff russischer Truppen auf Deutschland. Folge war die kurzzeitige Besetzung von zwei Dritteln Ostpreußens, die erst mit der Schlacht bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen beendet wurde. Ostpreußen war neben dem Oberelsass, Lothringen und den Kolonien eines der wenigen Gebiete des Deutschen Kaiserreichs, die von direkten Kampfhandlungen betroffen waren. Ausgangslage Gemäß dem Schliefenplan hatte das Deutsche Reich bei Kriegsausbruch die Masse seiner Landstreitkräfte im Westen konzentriert, um mit einem schnellen Sieg über Frankreich einem Eingreifen Russlands zuvor zu kommen und so einen Zweifrontenkrieg zu vermeiden. Lediglich die 8. Armee unter Generaloberst Maximilian von Prittwitz und Gafron war im Osten des Reiches aufgestellt. Zar Nikolaus II ordnete am 30. Juli 1914 die russische Mobilmachung an. Obwohl diese Mitte August noch nicht abgeschlossen war, drängten Frankreich und Großbritannien auf ein schnelles Eingreifen, um die Front im Westen zu entlasten und das Deutsche Reich seinerseits in Bedrängnis zu bringen. Zu diesem Zweck wurden schließlich die 1. russische Armee unter Paul von Rennenkampf und die 2. russische Armee unter Samsonau in Marsch geschickt. Verlauf Mitte August begann der Angriffe der russischen Truppen mit dem Ziel, die deutsche 8. Armee zu umfassen und zu vernichten. Die 1. russische Armee drang bereits am 17. August 1914 auf einer Breite von 40 Kilometer zwischen Vitignias und Scherwind in Ostpreußen ein. Hier kam erst noch am selben Tag zum Gefecht bei Stelupönen mit dem I. Armeekorps unter General Hermann von François. Maximilian von Pritwitz formierte seine Armee nördlich der Marsurischen Seen entlang der Angare ab. Hier wollte er die russischen Verbände anlaufen lassen und sie dann von beiden Seiten umfassen. Lediglich das XX. Armeekorps unter General Friedrich von Scholz sollte die südliche Grenze Ostpreußens sichern. Am 19. August griffen die Russen an mehreren Stellen an, konnten jedoch überall abgewehrt werden. Am nächsten Morgen erfolgte der deutsche Gegenangriff. Auf dem Nordflügel war der Angriffe des I. Armeekorps erfolgreich. Der rechte Flügel der russischen 1. Armee wurde zurückgedrängt. Im Mittelabschnitt wurde das 17. Armeekorps unter August von Mackensen nach anfänglichem Erfolg jedoch in die Ausgangstellung zurückgeworfen. Das Korps erlitt dabei schwere Verluste. Allein an Infanterie verlor es 8.000 Mann. Weitere 1.000 gerieten in Kriegsgefangenschaft. Im Südabschnitt mit dem I. Reservekorps unter Otto von Bilo und der 3. Reservedivision kam es nur zu kleineren Gefechten mit Truppen des russischen IV. Korps. Beide Seiten formierten sich für den nächsten Tag. Rückzug Als Meldungen eintrafen, dass die russische 2. Armee die Südgrenze westlich der mazuischen Seen überschritten hatte, ließ Prittwitz die Schlacht abbrechen und befahl den Rückzug hinter die Weichsel. Er sah sich in einer prekären Lage, da von der obersten Heeresleitung unter Generaloberst Moldke die Anweisung bestand, den Verlust seiner Armee nicht zu riskieren, notfalls Ostpreußen aufzugeben und hinter die Weichsel zurückzugehen. Deshalb entzog er sich der Gefahr der Umklammerung oder eines Angriffs in seinen Rücken durch Samsonau. Im Armeestab waren vor allem Generalmajor Paul Grünert als Generalquartiermeister und Oberstleutnant Max Hoffmann als erster Generalstabsoffizier. Jedoch der Ansicht, dass am nächsten Tag durchaus Aussicht auf Erfolg bestünde, Prittwitz würde bei einem Rückzug die Chance verpassen, die russische 1. Armee zu schlagen und dann die heranrückende 2. Armee anzugreifen. Diese wäre aus der Marschbewegung heraus nicht sofort kampfbereit. Generaloberst von Prittwitz und sein Chefe des Stabes Generalmajor Georg von Waldersee blieben jedoch bei ihrem Entschluss. Die Schlacht bei Gumbinnen endete unentschieden, die Russen zogen sich aber nicht zurück. Von der Etappeninspektion der Armee wurde der unbedachte und verhängnisvolle Befehl gegeben, alle Erntevorräte und alles wie hinter die Weichsel zu schaffen. Die Folge war ein endloser Strom von Flüchtlingen mit Wagen und wie Herden in Staub und Hitze, ein Zug von Hunderttausenden, wie ihn Europa seit Jahrhunderten kaum erlebt hatte. Ablösung Im großen Hauptquartier war man ebenfalls der Ansicht, dass dieser Rückzug übereilt befohlen wurde. Selbst die Weichsellinie zu halten, bezweifelte Prittwitz bei einem Telefonat mit Moltke. Dieser bekam nach und nach den Eindruck, Prittwitz sei der Situation nicht mehr gewachsen und empfahl dem Kaiser, die Armeeführung ablösen zu lassen. Der Kaiser folgte dieser Empfehlung. Am 22. August 1914 wurden Prittwitz und Walderseff von ihren Pflichten entbunden. Der neue Armeechef wurde General der Infanterie Paul von Hindenburg. Als Chefe des Stabes wurde ihm Generalmajor Erich Ludendorff zugeteilt. Hindenburg befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits seit drei Jahren im Ruhestand und wurde reaktiviert. Nach dem Mobilmachungsplan war Ludendorff an der Westfront Generalquartiermeister der 2. Armee. Aus dieser Rückzugsbewegung heraus entwickelte sich dann mit der neuen Armeeführung die Schlacht bei Tannenberg.